Die US-Geheimdienste sollen zehntausende Computer auf der ganzen Welt mit Trojanern der NSA versehen haben. Das berichtet die Washington Post unter Berufung auf Informationen des ehemaligen Geheimdienstmitarbeiters Snowden. Über diese Trojaner verschaffen sich die Computerspezialisten Zugang zu Daten oder ganzen Netzwerken, um sie auszuspähen oder zu kontrollieren. Bis Ende dieses Jahres sollen weltweit mindestens 85.000 strategisch ausgewählte Computer infiziert sein.